Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Ultimate Trial. Es geht wieder weiter. Heute haben wir was schönes geplant, denn wir wollen heute die Ambus, Ambus Arena heißt sie glaube ich, abschließen. Wir haben null Rubine. Wie haben wir das denn gemacht? Ist ja der Wahnsinn. Genau, da würde ich heute gerne rein starten. Und wir hatten ja gesagt, wir spielen das auf normal, ohne irgendwelche Strafen. Denn das zählt jetzt so ein bisschen als Nebenmission. Wir haben das Ding, wir haben unsere Schwertstufe noch erhöht im letzten Part und unsere Sprengkraft. Also da sollten wir jetzt auch richtig schön reinhauen. Bomben machen wir auch. 82 Stück. Pfeile sieht ein bisschen mau aus leider. Nehme ich aber auch mal mit, oder? Den Hammer nehme ich noch mit, glaube ich. Wir haben auch andere schöne Items. Egal, wir können hin und her switchen. Ist ja alles kein Problem. Auf jeden Fall gehen wir da jetzt rein. In die Ambus Arena. So hieß es, glaube ich. So, und ich möchte da heute gerne mit abschließen. Ich hoffe, das schaffen wir. Das wäre ziemlich nice. Denn dann haben wir auch die größte Geldbörse, die es gibt. Mal sehen, wie weit du gekommen bist. Hm, dann rekord dich bei 44. Okay, der hat mir ja gar nicht nochmal gesagt, wie das Ding heißt. Egal. So. Arena des Abgrunds. Hi. Wow. Für den brauche ich immer noch zwei Schläge. So, zack. Einmal in die Mitte und weiter geht's. Welle 2. Ach, schön, dass er es auf Deutsch sitzt. So. Zack. Und Schlesikowski. Da ist auch irgendwo einer erschienen, oder? Nö. Okay. So, schöne Fledermaus. Wir haben auch noch... Oh Gott. Den habe ich jetzt nicht kommen sehen. Boah, One-Hit. Den habe ich nicht kommen sehen. Shit. So ein bisschen Geld kriegen wir ja auch noch nebenbei. Vielleicht sollte ich mal noch einen Boomerang ausrüsten, oder? Was meinten ihr? Da kriegen wir noch ein bisschen mehr Kohle nebenbei. Schon wieder der? Zack. Okay, den kann man auch mit einem Boomerang töten. Interessant. So, wir haben ja keinen Zeitstress. Deswegen, wir chillen hier einfach mal die Base. Und sind jetzt auch schon bei Welle 5. 50 Wellen gibt es, glaube ich, insgesamt. Schon wieder. So, ciao. Dreimal Hitten. Wo waren die Fledermaus? Die schwört da rum. Zack. So, noch ein bisschen Kohle abgestaubt. Viel Geld gibt es hier nicht. Ich glaube, das wurde hier in der Version jetzt auch alles ein bisschen angepasst. Ich glaube, das wurde alles ein bisschen angepasst. Vorher waren die Gegner auch anders, oder? Kann das sein? Alter. Wir haben jetzt mit dem Schwert so rein, ne? Das ist unglaublich. Natürlich. Jetzt kommt dieses Auge. So, Sprengkraft ist auch abgecradled. Boah, unsere Bomben sind auch größer, oder? Jo, Alter. Sprengkraft ist viel größer. So, ciao. Blüm. Ich glaube, die Runden sind anders als vorher. So, was haben wir da? Dongo, Dongo. Guck ein Geist. Geist, fetz mal weg. Und du? Ach, cool. So, Runde 10, oder? Alter, wie wir die wegfetzen. Geil. Und bisher fast gar keinen Schaden bekommen. So, jetzt geht es, glaube ich... Hätte das Feuer nicht ausgehen müssen? Eigentlich? So, oder wäre das Feuer jetzt ausgegangen? I don't know. Ach, schon wieder Feuerpflegermäuse? Feuerpflegermäuse. So, ciao. So, dich hauen wir so weg. Level 13. Oh, shit. Das war dumm. Oh, das wäre auch fast dumm geworden. So. Ich glaube, Schleim ist auch so eklig. Auf der Ebene. Okay, komm her. Der spalt noch Feuer nebenbei. Zack, zack. Und tschüss. Easy. Okay, ein bisschen Kohle bekomme. Okay. Zack. Dann einmal Gobbelattacke. Und tschüss, Kowski. Gute Runde. Weiter geht's. Ja, das schaffen wir heute locker. Ich bin der gute Dinge. So. Das ist jetzt auch wieder eine relativ easy Runde, ne? Manchmal unterscheiden die sich echt stark. Okay. So, du bist kein Problem. Mittlerweile einfach ein One-Hit. Ein normaler Schlag. So lustig. So. Sobald die Zombies kommen, wird es halt ein bisschen eklig. Ich bin der gute Dinge, dass wir das heute wirklich rocken. Auf Stufe 50. Und, äh, alle Geister befreien. So, den stunne ich mal. Hm. So. Okay, jetzt hätten wir wieder rausgehen können. Ja, okay. Auf jeder zehnten Stufe. Dann war das vorhin vielleicht, war ich vorhin ein bisschen zu schnell. Mann, der Wolf ist ja fast immer dabei. Hm. Zack. Tschüss. Ciao. Wir bekommen etwas Kohle, Leute. Das heißt, wir können danach auch noch ein bisschen shoppen. Ich weiß gar nicht mehr. Was wollte ich mir noch kaufen? Irgendwas wollte ich mir noch kaufen. Ich bin mir aber gerade gar nicht mehr sicher, was. Shit. Hm. So. Das war's schon wieder. Mana haben wir auch noch vollständig mit dabei. Oh. Aber, wir kriegen langsam ein bisschen, ein bisschen Damage. Zwei Herzen haben wir schon verloren. Das ist schlecht. Weiß auch nicht, ob ich mich... Tschüss. Okay. Nein. Oh. Dacht schon. Ich dacht schon. Okay, nice. Da geht's. So, aber Zombies hatten wir halt noch gar keine, ne? Hallo. Warum? Warum? Mann, was ist das denn jetzt? Was war das denn? Das war ja richtig kacke. Mann. Okay, ich muss, glaube ich, mich besser positionieren, wenn ich das mache. Zack. Hallo. Meine Güte. Das war richtig kacke gerade. Sorry, Leute. Oh, oh, oh. Zack. So. Blümchen. So. Du, du, du. Welle 28. Okay. Geist haben wir direkt weg. Da ist ein Zombie, ne? Oder? War er gerade ein Zombie? Ja. Äh, dann nehme ich jetzt einen Enterhaken mit dazu. Shit. Okay, den Zombie hitten wir immer noch nicht mit einem Schlag. Das heißt, immer Sprungattacke machen. Okay, das war schlecht. Zack. Zack. Und ciao. Okay. Wir könnten jetzt wieder fliehen. Wir machen weiter. Let's go. Das war jetzt Ebene 30. 20 müssen wir noch. Warum? Warum fällt er nicht runter? Ja, weil der fliehen kann. Das ist so logisch. Okay. Boah, das war auch schon wieder so eine Kackrunde. Warum ist denn... Achso, das war Runde 30. Verstehe, verstehe. Okay. Okay. Nein, komm her. Wir sehen ihn an. So, der fällt runter. Okay, die anderen bleiben in der Luft fliegen irgendwie. Das ist ein bisschen komisch. Aber gut. Muss ich mit klarkommen. Shit. Okay. Eine Bombe bitte. Okay. Ich warte mal ganz kurz, bis der sich weitergedreht hat. Und tschüss. So. Next round. Zack. Zack. Hä? Natürlich kriege ich wieder einen Treffer ab. Mann. Ärgerlich. Das ist so super ärgerlich einfach. Scheiße. Okay. Oh. Oh, nice. Richtig blöd geworfen, aber trotzdem getroffen. So, gegen diese Schleime sollte ich, glaube ich, auch Bomben verwenden, ne? Wurde mir als Tipp irgendwie gesagt. Glaub ich. Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Oh, was? Was ist denn jetzt los? Äh. Und Pfeile brauche ich auch noch? Nein. Nicht den anvisieren. Okay. tschüss. Alter, ist das belastend. So, ciao. So. Sprungattacke. Ich mach erstmal schnell den Flammentänzer weg. Das ist sonst einfach nur nervig. Okay, warte, warte. Jetzt mal schnell Bombe werfen. Zack. Und tschau. Okay, weiter geht's. Das war schon eine belastende Runde jetzt. Boah, geil. Mit dem Schwert weggekickt. Okay. Die war okay, die Runde? Ne, mal so. So, soll ich den Boomerang nochmal mit ausrüsten? Zack. Okay, ist mittlerweile auch ein One-Hit. Äh, ich mach mal das wieder auf Enterhaken, weil jetzt kommen gerade so viele Wasserviecher. Okay, Eiswolf? Der sieht mega cool aus. Das Design mag ich sehr. Okay, sieht gut aus, Leute. Bis jetzt sieht's echt gut aus, was wir hier klar machen. Oh ne, nicht der schon wieder. Äh, Frage. Feuerpfeil, ne? Macht das ein One-Hit bei dem? Macht's nicht. Scheiße. Hätte ja sein können. Hätte ich mir echt vorstellen können. So. Ich hab ein bisschen Crackling auf dem Ohr. Weiß nicht, ob ihr das hört. So. Irgendwie die Sound-Einstellung so ein bisschen kratzig aktuell. Danach kommt Runde... Runde 40. So. Die sollte jetzt ziemlich schwierig werden. Deswegen, ich mach mal das hier. Mach mich mal die Runde unbesiegbar. So. Und den Boomerang ruste ich wieder aus. Jo, guck mal, da ist sogar Schattenlink am Start. Okay, ich muss erst mal alles andere besiegen. Okay, alles andere ist tot. Jetzt du, Schattenlink. So. Den haben wir aber schon mal besiegt gehabt. Ich erinnere mich. Hm. Okay. Sehr schön. Weiter so. Jo, geil. Das war der. Das war Runde 40. Okay. Und ich würde für Runde 50 dann, glaube ich, nochmal das nehmen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Und ich nehme meinen Drank jetzt. Ich gehe auf Nummer sicher und nehme den Drank jetzt gleich noch mit rein. So. Oh, ich habe diese... Ich habe so einen komischen Sound-Crackle auf dem Ohr. Mann, ich hoffe, das ist nicht in der Aufnahme drin, aber wahrscheinlich schon. Okay. Ähm... Boomerang nehme ich noch mit rein. Okay. Sieht doch machbar aus, oder? Leute. Was sagt ihr? Fledermäuse, ne? Ich hasse Fledermäuse. So. Hab ich sie? Hab ich sie? Hab ich sie? Ich habe alle. Geil. So, dann zack. Und tschüss. Okay, gute Runde. Weiter geht's. Was wollte ich nicht? Shit, wo kam denn jetzt her? Okay, wunderschön. Zack. Tschüss. Wir haben gut Geld schon gefarmt. Ich freu mich. So, bei der 43. Gut. Dann haben wir jetzt auch schon das Schwierigste geschafft. Den Stun. Sprungattacke. Den Stun. Sprungattacke und dann haben wir es schon. Sehr schön. Jo, Leute, es sieht gut aus. 44. Noch 6 Wellen. So, das ist das Endgegner immer. Nice. Hammer besiegt. Zack. Tschüss. So. Die müsste jetzt wieder ein bisschen härter werden. Ja. Oh, nein. Ha, geil. So eine nice Runde. Oh. Oh. Den habe ich gerade nicht mehr kommen sehen. Ba, 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 ba. Nice. Auch weg. Weg mit dir. Ja, wir haben ein neues Token. Das hatte ich das letzte Mal nicht mehr geschafft. Ich mache jetzt einfach mal hier so ein... Oh, ja. Oh, ja. Nice. Leute, es läuft. Ich habe viele Bomben, deswegen... Ich werfe einfach mal. Und ich habe sogar... Ich habe sogar was getroffen. Wie nice. Shit. Okay, der hat mich getroffen. Aber war nicht schlimm. War nicht schlimm. Wir sind Welle 48. Okay, okay, okay. Alles... Alles... Alles okay. Zack. Nice. Leute, es läuft sehr gut. So. Welle 49. Haben wir noch einen Gegner? Natürlich haben wir noch einen Gegner. Na, komm schon. Shit. Der hat mich erwischt. Ah, kacke. Boah, was ist denn mit dir? Sonst greifst du immer her an. Guck mal da. Oh. Komm. Mach was. Mach was für dein Geld. Zack. 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 Und tschüss. So, Leute. Jetzt kommt finale Runde. Ebene 50, ne? Ah, ich weiß nicht, was kommt. Deswegen. Ich mach direkt mal den. War ein bisschen zu früh, ja? Aber es scheint noch mal alles zu kommen. Alter. Alter. Hm, 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 hm. Shit. Das war schlecht. Jetzt mach ich echt noch so'n Kack hier. Zack. Ist es der letzte? Ist es der letzte, bitte? Oh, wir haben es geschafft. Oh, das war die letzte Runde, oder? Es gibt, was? Es gibt noch mehr Wellen? Oh, ich bin stark davon ausgegangen, das ist die letzte. Ups. Ups. Scheiße. Das ist jetzt kacke, ne? Oder war das jetzt die letzte Welle? War das Welle 51? Ist das die letzte Welle, die wir hätten machen müssen? Warte mal. Wie viele von den Tokens hab ich? Ne, ich hab 50. Okay, wir haben die 50 Tokens. Es geht noch weiter, Leute. Es geht noch weiter. Okay, das ist krass. Ich hab so leichte Soundbugs, das ärgert mich aktuell. Ich guck mal, ob ich dieses Crackle rauskriege. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Aber, äh, das war's auf jeden Fall mit der Folge heute. Ich würd' sagen, im nächsten Part reden wir mit den ganzen Leuten. Ebene 50 haben wir erreicht. Wir haben, wir haben alle 50 Seelen gesammelt, ne? Das ist ja unser Ziel gewesen. Das bedeutet, wir haben's geschafft. So, Seelenfragmente, 50 Stück. Das heißt, wir bekommen auch die maximale Geldbörse. Äh, schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob's da noch irgendetwas gibt, wenn man da noch weitermacht. Wenn man, keine Ahnung, es scheint ja noch weiterzugehen. Gibt es da noch irgendwas? Kommt da noch irgendwas? Sagt mir da gerne mal Bescheid. Würde mich interessieren. Ähm, ich sehe, du hast alle Seelen befreit. Du bist wirklich eindrucksvoll. Ich habe diese Arena erschaffen mit Hilfe von Schieber. Wir machten sie zu einem schwierigen Schlachtfeld. Früher liebte ich den Nervenkitzel des Kampfes. Das Gefühl mit Stahl gegen mein Schicksal zu kämpfen. Jede Moment war ein Kampf um Leben oder Tod. Am Ende konnte ich nur 99 Wellen bewältigen und brach schließlich zusammen. Die Freude am Kampf war weg. Einzig nur der Schmerz war mir noch geblieben. Jetzt warte ich hier und hoffe, dass ein echter Krieger meine Grenzen übertrifft und 100 Wellen schafft. Glaubst du, du könntest dieser Krieger sein? Hast du das Zeug dazu, noch weiterzugehen? Oh, scheiße. Der hat uns echt herausgefordert, Leute. Okay. Wir werden da wohl nochmal irgendwann rein müssen und 100 Wellen machen. Äh, aber wahrscheinlich auf leicht. Und, äh, ich glaube, da will ich alle Herzen, alle Flaschen und Full Inventory haben. Ähm, dann machen wir das nochmal. Einfach, um zu sehen, was kommt. Okay? Gut, das war's mit der Folge. Im nächsten Part gucken wir mal, äh, wegen Schätzen und Preisen und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Euer Zellnerjunge. Tschüssi. Tschüssi.